So, ich befinde mich hier jetzt in Neust beim Voltigieren sozusagen. Das ist dieses Pferd, was immer im Kreis rumrennt. Und da springt man drauf, also wenn man es kann. Und hier sind ein paar junge Damen, die machen sich gerade alle schon mal warm. Ja, auch diese junge Dame hier. Hallöchen, du bist die Nadja und du bist die beste Voltigiererin, die es gibt auf der Welt, oder? Ja, habe ich mal von gehört. Du machst das wettkampfmäßig. Hast du Preise gewonnen schon? Ja, Weltmeisterschaft. Nein, du bist Weltmeisterin im Voltigieren? Kann man das, wenn man so komische Beine hat wie du? Kannst dich da drin bewegen, ein Spagat. Was in der Hose? Ich kann auch ohne Hose keine Spagat. Das ist eigentlich völlig egal. So, okay, dann ziehe ich mal diese Schläckchen an. Das sieht schon... Alter Mann. So. Oh mein Gott. Oh, super. Super sexy. Da kann man die wichtigsten Übungen schon mal drauf eintrainieren, bevor man das dann auf dem Pferd macht. Ja, genau. Gut. Aber erst mal was machen? Ich denke, wir sollten uns vorher noch mal ein bisschen dehnen. Ein bisschen dehnen, klar. Es geht nicht weiter. Du bist daran, was du. Hier ist Schluss. Das ist alles, was ich kriege. Na gut, okay, pass auf. Da ist doch schon fast Spagat, oder? Dann setz dich mal hinten mit dem Bein krumm hin und das vordere gerade. Wie hinten mit dem Bein krumm? Setz dich mal auf deinen Po. Das beim Strecken. Ja. Ja. So. Bin wieder mit. So gut. Und jetzt streck mal. Ja. Ah! 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 Wahnsinnig. Alles klar. Okay, wichtig ist nachher nur, dass du mit dem Pferd zusammenarbeitest. Natürlich. Okay. Und dann macht das Pferd eigentlich fast alles. Jetzt machen wir hier mal die Folgung, stellst dich hier so dran. Ja. Handhaltung so. Ja. Holst mit dem Bein mal so ein bisschen Schwung. Ja. Und dann lässt du dich da rausfliegen. Okay? So, wir machen. Au! Ah! 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 Drei! Und! Ah! Bravo! Gut, oder? Ja. Das Bein jetzt so. Ja, genau. Und gestreckte Füße wieder. Über den Kopf von dem Pferd. Ja, richtig. Wie soll das hingehen? Ja, probieren wir mal. Das geht schon. Lass uns erstmal rübergehen zur Agnes. Erstmal schönen guten Tag Agnes. Das ist die Longe sozusagen hier das, wo das Pferd dran hängt, ne? Ja. Und mit der Peitsche krieg ich dann immer, wenn es nicht klappt. Ja, okay. Der Aufgang. Du garantierst wieder das Pferd vornwärts mit. Packst die Griffe an. Oberkörper ist aufrecht. Und jetzt wieder das Pferd vorne ab. Ah, ich trabe mit mit dem Pferd. Nee, Galopp ist das. Hast du das Galopp? Sehr gut. Ja, das wird doch wohl zu machen sein. Ja, oder? Galoppieren, galoppieren, galoppieren. Jetzt, 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 jetzt. Eins, zwei, drei. Juhu. Das hinten, was wir eben auf dem Bock geübt haben. Ach so, die Knie hoch. Ja, genau. Hinten drauf. So ein bisschen mit Schwung. Ja, wunderbar. Oh, ho, 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 ho. Okay, und jetzt nimmst du mal nur das Bein hinten raus. Was, welches Bein hinten raus? Das rechte Bein. Das rechte Bein. Nach hinten raus? Ja. Und gestreckt, 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 gestreckt. Ja, sehr gut. Okay, und jetzt rückwärtssitz. Was? Rückwärtssitz. Noch einmal weiter runter. Okay, und? Wieder aufrichten und streck dich doch mal. Mein Gott. Du bist ganz schön außer Atem, ne? Ja, ich weiß auch nicht, weil das Pferd ist zwar gelaufen, aber ich bin außer Atem. Warum das so ist, kann ich jetzt auch nicht so entweder. Ich glaube, das hat mehr Grazie und mehr Anmut, wenn ich diesen Anzug dazu trage, oder? Ja, das ist nicht so das Ideale. Man muss schon den Körper sehen und so die Ausstrahlung des Körpers, aber komm. Ja, okay, dann mach mich erst mal klar jetzt. Ja, das war der erste Teil. Gleich der zweite Teil. Gleich wird das richtig spannend. Ich muss auch ein bisschen grad ziel gehen, so, oder? Geht man nicht, auch wenn man sich vorstellt, geht man nicht so raus? Nein. Wir zeigen dir das nachher, wir machen das nachher. Ach so, okay. So. Und dann?